Sie kommen aus der ganzen Schweiz. Sie sind modern und trotzdem traditionell. Sie sind so vielseitig wie ihre Dialekte und haben eine gemeinsame Leidenschaft. Die sieben Frauen stellen sich an Wettbewerb um die beste Regionalkoche. Ich heisse Theresia Hohlenstein, komme von Brülliself im Kanton Appenzahl-Linnenrode. Ich bin Beatrice Meier von Lueschdorf im Kanton Thurgau. Ich bin Sonja Schild von Isselkalt im Berner Oberland. Mein Name ist Rita Kolbmann, und ich bin aus dem Luzernischen Hungerall. Ich bin Christa Kreienbühl, wohnen in Zoberhünigen im Emmittal. Ich bin Christa Straub aus Attenwil, das liegt im Kanton Argo. Und ich bin Ninet Pedrun und komme von Lavin in Mengadi. Das ist die 10. Staffel von SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Ich lege jetzt einfach rein. Ich kann ja vorne die Hände gewaschen. Ich lege jetzt die wunderbare rote Farbe an. Diese Woche steht Beatrice Meier am Kochherd. Zum Hauptgang gibt es Goc au vin. Also Gucali, die 10 Std. im Wein eingelegt war. Jetzt muss das Fleisch in die Bratpfanne. Zur Unterstützung beim Kochen kam eine gute Freundin aus dem Nachbarsdorf, Verena Kalbs. Wenn es zu fest ist, reist du. Ist gut? Ja. Die heutige Fahrt geht in Thurgau, genauer gesagt auf Luschtdorf. Die anderen Landfrauen diskutieren, wie sich Beatrice gerade so geht. Sie ist ruhig, so gegen aussen. Obwohl sie innerlich ... Ich habe das Gefühl, sie beschäftigt schon alles, was hier läuft. Aber ich habe das Gefühl, so gegen aussen ist sie sehr ... Ja, sie ist wirklich ruhig. Ja, sie ist sehr ruhig. Ich glaube, sie ist mega nervös. Ja, sie ist sehr angespannt, aber sie hat sicher alles ... Sie verlässt nichts im Zufall. Ich denke, dass Bea unheimlich aufgeregt ist. Und der spannende Moment, ob das genug heiss ist. Der Anbratnik Gocquavain will sie jetzt flambieren. Ich bin ganz nah am Geschehen. Achtung, Freni, ich hoffe, siehst du deine Füße zurück. Das war zu sparen. Noch etwas mehr Galvados. Vielleicht klappt es dir besser. Pech gehabt, ja. Dann nehmen wir sie so. Ja. Was heisst das jetzt für ein Hauptgang? Ja, es gibt ... Ich weiss nicht, es gibt einfach nur einen speziellen Schmack dazu. Aber ich glaube nicht, dass sie das merken. Im Kanton Durgau sagt man noch Mostindien, weil man hier so viele Apfel anbaut. Ist das schon eine Hinweise auf das Menü? Also, ich denke schon, dass sie im Menü Apfel drin hat. Ja. Dass das vorkommt. Ich glaube nicht, dass sie etwas mit Apfel macht. Ich habe das Gefühl, dass sie das klassische ... Also, es gar nichts ... Ja. Ja. Vielleicht täusche ich mich. Wir erwarten von der Bea ... Etwas Lichtes. Es ist schwierig zu sagen von ihr. Ich weiss auch nichts, was ich gerade produzieren würde auf dem Hof. Aber ich habe noch gedacht, warum auch nicht Fisch. Das ist übrigens leicht. Ich denke mir, vielleicht ... Eben, Boulé habe ich mir vorgestellt oder so. Aber ich weiss es auch nicht. Jawohl, Boulé gibt es, das stimmt. Beatrice hat etwa zehn eigene Hühner auf dem Hof. Und die liefern die Eier für die Vorspeise. Poschieren also im Wasserbad kochen wollen sie. Das ist nicht ganz einfach. Poschierte Eier machen ist immer sehr heikel. Man weiss nicht, wie es rauskommt, wie es reingeleitet, wie es aussieht, welche Form sie bekommen. Aber man muss genug Eier auf der Seite haben. Und dann ist das Ziel der heutigen Tafurundi erreicht, der Gruephof. Das Wetter könnte nicht prächtiger sein. Und das Apéro steht pünktlich parat. Wir sind im Kanton Thurgau. Hallo, Rita. Hallo, Rita. Hallo, Rita. Schön, dass Sie hier sind. Sie können sich zum Apéro überbewegen. Hallo, Rita. Ich bin Erner. Herzlich willkommen. Risto. Wir sind im Kanton Thurgau. Da drin sind drei Öpfelgeister. Und Öpfelchampagner. Wir haben ihn schon kennengelernt. Zur Begrüssung haben wir euch noch ein paar Rosse hingestellt, damit wir nicht so eine kleine Familie sind. Ciao, Nina. Ciao. 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 Würdet ihr euch bedienen, das ist das Thurgauer Focaccia? Ja. Du willst das zeigen, oder? Ja. Ja. Das ist gut. Hier. Das ist gut. Wie kommt's? Ich brauche. Genau gesagt Vollblut-Araber. Und zwar zwei Stück. Sie sind ganz stolz vom Ehepaar Meier. Das gibt viele zu tun, jeden Tag. Vor 20 Jahren kam Bea wegen der Liebe auf den Hof. Voraus hatte sie dann noch keine Ahnung. Das musste sie zuerst alles lernen. Heute geht das zum ganz normalen Alltag. Kommt das? Es ist eigentlich der schönste Teil des Hoflebens, dass man mit der Rosse rausgeht und es abends wieder reinholt. Und auch sieht, ob sie verletzt sind, wie sie sich fühlen, ob irgendetwas gewesen ist, was man noch pflegen muss. Bei Pracht hat er das alles ihren Mann, Werner. So viel Lügen. Kommt. 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 Bea ist nicht auf dem Land und schon gar nicht auf einem Reithof aufgewachsen. Am Anfang ist ihr das Landleben schwergefallen. Die Umstellung für mich, hier nicht zu zügeln, war sehr, sehr gross. Weil ich hier auf einen Hof kam, alle sagten, da kommt eine perfekte Reiterin, die hat mit Rost zu tun. Und ich war für alle das, was sie überhaupt nicht erwartet haben. Und ich brauchte eine Zeit, bis ich mich da eingelebt und wohlgefühlt habe. Auf diesem Hof hat es auch noch viele Büsse. Die sind alle zu Gast. Meyers führen ein Katzenhotel. Chefin des Hotels ist Bea. 16 Doppelzimmer mit oder ohne Balkon vermietet sie. 24 St. kosten zwischen 24 und 29 Fr. für Mädchen und Jugendlichen. Eine liebevolle Betreuung inklusive. Ich orientiere mich, wer was rüberkommt. Es haben so Katzen, die auch unser Futter essen und andere Katzen, die einige Dinge mitgebracht haben, dass ich dann kein Genoche mache. Ditchi, komm. Komm. Komm mal an! Hä? Ich muss noch ein bisschen Wasser haben. V.a. in den Ferien und an den Feiertagen wie z.B. Weihnachten ist das Hotel fast ausgebucht. Das Katzenhotel haben wir ganz am Anfang eingerichtet, weil wir nicht richtig gewusst haben, ob der Reitbetrieb sich dreht. Dann haben wir gedacht, als zweites Bein wäre vielleicht nicht schlecht. Am Anfang lief es nicht wirklich, weil wir ja sehr abseits wohnen. Mittlerweile haben wir viele Stammkunden, die ihre Katzen jeweils zu den Ferienzeiten bringen. Die Buzle Mira wohnt sonst zu Meilen im Zürich-Biet. Heute kommen die Besitzer nach zehn Wochen zurück von Ibiza. Grüezi miteinander. Grüezi, Günther Sperger, Sophie. Hatten Sie schöne Ferien? Wie geht es? Es geht gut. Danke, mir hat es streng gehabt, viele Katzen im Moment. Sie ist nicht da. Noo. Ich wollte noch schnell sagen, dass sie mir das Futter gegeben hat. Sie hat das als Rübis und Stübis aufgefasst. Ich denke, es ist an der unteren Grenze. Ja. Sie hat Hunger, habe ich das Gefühl. Ja. Sie tut mich immer, wenn sie mich sieht, zuerst einmal anfauchen, aber nachher ist sie durchaus anhänglich. Sie hat das Deckchen drin. Ja, da ist das Deckchen drin. Miau. Die 9-jährige Mira ist ein langjähriger Stammgast. Wir bringen sie eigentlich, seit wir sie haben, und ja, sie ist halt in ihrem Zimmer und abgeschottet von den anderen Katzen. Sie ist jetzt nicht so die sozialste. Ja, dass sie eigentlich nicht verletzt wird, oder auch andere Katzen. Applaus Es ist Abend. Langsam müssen noch die Hühner in den Stall. Auf dem Grubhof hat es neben den vier Enten ganz verschiedene Hühnerrassen. Die meisten haben Meyers im Freilichtmuseum Ballenberg geholt. Sie hat sich schon entschieden, welches Hühnerrchen zum letzten Mal gekriegt. Auf dem Menüplan für das Landfrauenessen am Samstag steht bei der Bea ja gog au vin. Hat sie sich schon entschieden, welches Hühnerrchen bald zum letzten Mal gekriegt? Von denen kommt nie irgendein Hühnerrchen oder einen Hohn in den Topf. Das würde ich nie übers Herz bringen. Noch mal Glück gehabt. Ich finde, wie ist die Zeit? Ich bin drin. Du kannst nicht nur im ganzen Tags-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs-Docs. Wie ist das? 3-mal in der Woche fährt Bea vom Thurgau nach Rapperswil, wo sie Schule gibt. Die Fahrt vom Land in die Stadt geht eine ganze Stunde. Aber für Bea ist das kein Problem. Ich bin im städtischen Raum aufgewachsen, habe dort die Schule gemacht und erst später aufs Land gekommen. Ich geniesse den Wechsel zwischen Stadt und Land sehr. Ich kann nicht nur auf dem Grupphof leben, sondern ich brauche auch noch den Wechsel mit meinen Schülern. Ich komme aber auch gerne wieder auf den Grupphof zurück. Für mich ist das eine ideale Kombination. In Rapperswil führt sie eine Schule für Nachhilfe und Prüfungsvorbereitungen. Und sie unterrichtet auch selber. Die Zentimeter-Meter ist ein 100er-Schritt. Das hast du hier auf deiner Liste. Wir gehen von der kleineren Sorten in die grösseren Sorten. Das heisst, wir müssen das Ergebnis um zwei Stellen kleiner machen. Dann gibt es die Nullkommar, die du gesagt hast. Okay. Wenn ich sage, von kleineren zu grösser wird es kleiner. Sie schaut, dass Kinder im öffentlichen Schulalltag wieder mithalten können. Die direkte Unterrichtsform liegt ihr besonderes. Ich finde, diese Art von Schule, dass man sehr persönlich auf sie eingehen kann, das finde ich sehr befriedigend. Wenn ich vor einer Klasse stand und 20 Kinder habe, kann ich nicht jedes Einzelne im Auge haben. Und so habe ich 1-zu-1 Unterricht. Und ich komme auch ganz spontan Antworten rüber und merke, dass es hapert. Das finde ich total schön. Bea ist die einzige von den Siba-Landfrauen in diesem Jahr, die Kinder hat. Eigente Kinder hat sie sich nie gewünscht. Für mich war eigentlich von Anfang an klar, dass ich kein Kind will, weil ich Schule gegeben habe und eigentlich viele, viele Stunden mit Kindern verbringen und dann am Abend nicht noch Kinder haben muss. Ja, das ist das 100 von. Gut, ja. Wunderbar. Zurück auf dem Grubhof. Am Morgen gibt sie Unterricht und am Nachmittag überkommt sie Unterricht. Reitstunde ist angesagt. Ganz satt und fest ist sie noch nicht. Eigentlich müsste ich viel besser reiten. Alle erwarten, dass ich super gut reiten würde, aber ich bin eigentlich die Schwächste von dieser Gruppe. Werner ist Reitlehrer und Pferdetrainer. Einmal in der Woche macht Bea bei ihm einen Kurs mit. Wir machen mit dem Pattern weiter. Wir haben das letzte Mal angefangen, auch mit euch zwei. Das ist das erste Mal die beiden Schlaufen von den beiden Seiten mit ein wenig Stellung. Ich versteife mich z.T. erst. und wenn ich so steife Rücken mache, dann klappt es nicht so gut. Und wenn ich lockerer wäre, würde es auch ein bisschen harmonischer aussehen. Schön gerade richten, vertikalkontrolle gut. Auf dem Reitplatz hat er Werner nicht zu sagen. Aber ich muss ihr nicht zur Einwertstellung geben, das kann ich nämlich nicht. Eine Steilung, ein bisschen Steilung, schon. Okay. Sie hat äh ... Sie hat genau die gleichen Probleme wie alle Reiter. Sie wirken z.T. noch viel stark hin mit den Händen. Und ich möchte, dass sie ihren Sitz mehr daran denken, als sie mit dem Sitz reiten können. Jetzt zu knurzen. Riebe sie vorwärts. Komm, 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 vorwärts. Riebe ein bisschen mehr vorwärts. Ein bisschen mehr vorwärts. Vorwärts. Gib. Du musst sie ein bisschen mehr. Du bist steif und reitest sie nicht. Du musst ein bisschen mehr vorwärts mit dir. Im wirklichen Leben brauche ich eigentlich nicht, dass mir jemand sagt, was ich machen muss. Aber da ist das völlig okay. Sitzt nach links. Sitzt nach links. Gut. Nach links. Gut. 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 Gut, dass es reicht. Ich danke euch immer. Wenn ihr Leben auf dem Hof ein bisschen anders ist als das von vielen Bäuerinnen, fühlt sie sich trotzdem als Landfrau. Landfrau kann man durchaus durchgehen lassen, weil ich ja wirklich alle Arbeiten hier auf dem Hof auch verrichten darf. Und Landfrau heisst ja nicht nur, im Stall zu arbeiten, sondern es heisst auch kochen, im Garten sein, alles schön machen, Blumen. Für mich ist das eine Landfrau. Neben den Blumen pflanzt Bea auch viel verschiedenes Gemüse an. Die Landfrau wollte sie eigentlich der eigene Spinat auftischen. Da, wenn meine Spinat fehlt, ich musste es leider ausziehen, weil es mir mit dem schlechten Wetter, den Frühling, so aufgestängelt hat. Zuerst kam er wunderbar und ich meinte, das gehe ich gut, aber jetzt muss ich ihn leider auf dem Markt posten. Die Bohnen haben aber überlebt. Beatrice macht für die Gäste auf dem Rithof einen Salat um die Nacht. Heute gibt es einen Bohnensalat, weil es schnell gehen muss. Und ich muss immer schauen, dass ich das in einer Pause vorbereiten kann. In der Küche ist Bea der Chef. Sie kocht, was sie will. Gerne hat sie besondere Kombinationen. Das Rezept habe ich selbst ausgedacht, weil ich Tomaten und Bohren im Garten habe. Es ist dann noch schneller mit etwas kombiniert und ich habe einfach ausprobiert, wie es für mich gestimmt hat. Dazu kommen noch Mozzarella-Kügelchen. Und auf die Sauce kommt es darauf an. Ich habe sehr gerne eine essunghaltige Vinaigrette, die die Würze des Basilikum noch etwas verstärkt. Ihr Mann weiss ihre Kochkünste zu schätzen. Werner ist nicht heikel beim Essen. Er ist eigentlich alles, was ich serviere. Er ist nicht heikel im Stall. Viel heikler ist es im Stall. Jedes Ross hat sein eigenes Menüplan. Werner stellt die zwölf verschiedenen Futtertöpfe zusammen, ganz nach Alter, Leistung und Zustand des einzelnen Rosses. Die V-Blut-Arabers sind v.a. im Siserich. Wir sind ein so gutes Team. Wir ergänzen uns in jeder Hinsicht eigentlich. Es ist nicht nötig, dass ... Jeder hat sein Ressort, in dem es gut ist. Da sagt man, dass man dem anderen nicht reinschwerzen muss. Das gibt es gar nicht. Das ist gar kein Thema. Das ist nicht nötig. Unsere Beziehung beruht irgendwie auf Selbstständigkeit. Jeder hat sein eigenes Leben, jeder hat seinen eigenen Bereich, in dem er voll für sich sein darf. Und gewisse Zeit verbringen wir dann ganz nahe zusammen. Und so dieser Ausgleich zwischen ganz nahe und ... Aber doch jeder lässt einem anderen die Freiheit. Braucht es sonst, würde das nicht funktionieren. Ich mache mich jetzt hier unten. So. Und pfasche. Du wirst mal mehr. Wal, was? Hoi. Wie findet ihr denn meinen Salat? Jony, probier. Mein Liebens Salat. So eine arme Zeibe, genau. Was? Die Kämme. Also, sie haben schon geblieben, die Kämme zu tun. SWISS TXT AG NDR 2021 Das Land Frauenessen rückt immer näher. Noch einen Tag, und dann ist es so weit. Was noch fehlt, ist der richtige Wein. Im Durgau gibt es nicht nur einen Apfel, sondern auch Wein. Hier am Islisberg ist das Bio-Weing-Gutlenz-Daheim. Der Wein ist besonders wichtig. Es gibt ja Goc et Auvin. Hier haben wir unsere Selection Rote. Eine Assemblage aus drei verschiedenen Trubensorten. Etwas, was eigentlich als allrounder anzusiedeln ist. Passt zu allem. Ich denke, man riecht es in die Nase. Es hat eine grösste Aromatik, aber es hat auch wunderschöne Beerenmix. Aber wenn du sagst, es ist so ein Wein für alles, passt das für meinen Gocouin? Also, da hast du schon einen recht robusten Wein. Und ich denke, so wie du den Gocouin zubereiten würdest, dürfte es vielleicht etwas Feiners sein. Und wenn man einen Wein kauft und den immer zusammen auslesen kann, gibt es manchmal, dass sie das Gesicht verziert und es vergisst. Und vielleicht würden wir ihn noch wundern, aber dann sage ich, dass es noch viele andere Wein gibt. Und manchmal ist es umgekehrt. Und dann tun wir uns einfach bei dem einigen, was bei beiden passt. Es gibt so viel Wein, wo finden wir immer etwas, was bei beiden passt. Ja, und ich sage dann am Abend immer, was ich koche. Und er sucht dann eine passende Weine dazu aus. Heute muss aber die Bea bestimmen, weil sie ihren Gocouin auch in diesem Wein kochen. Hier noch eine Frau am Tisch sitzt, denke ich, ist der Lieblächer. Und ich glaube, ich bevorzuge ihr diesen Wein. Was meinst du? Ja. Und du den Monik auch geben. Wunderbar, das ist auch wichtig, weil du sie auch servieren kannst. Das ist der Munk. Der elfjährige Kater gehört nicht zum Hotel, der gehört Meyers. Und das ist der Munk. 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 Seit ein paar Jahren hat Bea ein neues Hobby, Webben. Ich wollte schon immer einen Webstuhl, weil ich das im Hinterkopf hatte aus meiner Schulzeit. Ich hatte eine sehr gute Handarbeitslehrerin, die uns alles gezeigt hat, damit er es gemacht hat. Und dann hat sich die Frage gestellt, was man mit dem Raum macht. Das war eine alte Grümpelkamera. Und dann kam mir die Idee, jetzt ist der Punkt da, wenn ich sage, wir machen den Webbenraum daraus. Ich denke, dass das Webben mich auf den Boden zurückbringt, weil ich Kopf, Hände, Füsse brauche, und dass alles so schön dann in den Fluss kommt. Und das macht mich ruhiger und zufriedener. Für ihre Gäste hat sie sich etwas Besonderes überlegt. Ich habe ein Tischset für jede Hase gefunden, das aussieht wie eine Blumenwiese, weil das Thema Blumenwiese ist. Komm und komm. Stichwort Blumen. Die Tischdekoration muss sie neu in den Angriff nehmen. Ganz normale Wiesenblumen in allen Farben, die sie zu Sträuschen zusammenbinden. Mitte der Partie ist auch die Verena, die in den Kochen hilft. Ich habe mir eigentlich so vorgestellt, dass wir in den kleinen, feinen Wäschen ein kompaktes, rohes Sträuschen machen, das nicht sehr hoch raufkommt. Ein bisschen unterschiedlich hoch sind das noch schön. Wenn nicht alles so topheben ist, wie der Natur ist ja nicht jedes Pflänzchen gleich hoch. Ich denke, es sieht nicht zu weit aus. Ich denke, das ist jetzt noch zu hoch. Ja, das ist zu hoch, definitiv. Binden oder würdest du es fallen lassen? Ich würde es binden, aber relativ kurz schneiden. Beim Kochen wird es vielleicht ein bisschen angespannter. Verena weiss aber genau, wie sie Bea am besten unterstützt. Ich bin überzogen, dass ich sie vielleicht etwas beruhigen kann, gut zusprechen, einmal einen Spruch machen, dass wir auch mal etwas giggeln können. Das finde ich auch noch locker. Ja, dann glaube ich, das kommt gut. Mal, das schaffe ich. Aus diesem Grund habe ich sie ausgewählt, weil sie auch wirklich stimmungsmässig sicher etwas in die Küche bringt. Schön, oder? Ich komme noch nicht ab. Dann richten wir das einfach so gegen die Frau. Genau. Das gefällt mir. Passt. SWISS TXT SWISS TXT Es ist alles bereit für den Besuch der Landfrauen. Es bleibt sogar Zeit für einen Ausritt. Ich denke, ich würde nicht reiten, wenn ich nicht Werner kennengelernt hätte. Es war auch ein Prozess und er hat mir wirklich viel Zeit gelobt. Ich kann mir einfach die Möglichkeit geben, wenn sie will, sie könne. Aber es war kein Smooth. Ich könnte erleben, wenn sie nicht für reiten. Aber dann könnte man einen Ausritt natürlich nicht machen. Das wäre ja anders. Musik Zeit für ein Päuschen. Solche Ausritten sind aber nicht wirklich alltäglich. Jetzt. Zu Sarah. Miteinander ausreiten, so oft wie es geht. Aber es müssen alle Faktoren stimmen. Bea hat es nicht gern zu heiss, sie hat es nicht gern zu kalt, sie hat es nicht gern zu windig. Auch nicht ... Wie soll ich sagen ... Es muss einfach alles stimmen. Und dann machen wir das schon. Dann machen wir eine längere Ausrede und nehmen etwas mit und geniessen es miteinander. So, jetzt haben wir noch die Ruhe vor dem Sturm. Ja, du. Ja, dass es noch gut kommt morgen. Ja, kommt es auch gut. Bea ist ziemlich nervös. Es geht mir ... ... die Umstände zu sprechen. Ja, manchmal gut, manchmal weniger, manchmal hinterfrag ich das Ganze und manchmal freue ich mich auch. Ich kann dir noch nicht sagen, was am Schluss überwiegt. Sie hat immer Angst, ich mache es zu wenig gut. Hopp. Dabei besser geht es gar nicht. Und dann gilt es ernst. Es ist Samstag. Nehmen wir Platz, den Sie gerne wollen. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Das war wunderschön. Das Tisch-Set, das Bea selbst gewohnt hat, war ganz schön gemacht. Gefrorene Stachelbeere aus dem eigenen Garten, die gibt es in einem traditionellen Streuselkuchen zum Dessert. Im Streuselkuchen macht man viel Zucker bei der sauren Beere, dann Anken, Mehl, aber auch Haberflocken und Nüsse. Das muss Verena alleine vorbereiten, weil Bea der Gäste zur gleichen Zeit das Menü präsentiert. Ich wünsche euch herzlich willkommen und ich hoffe, ihr fühlt euch bei uns wohl. Ich habe mir diese Woche überlegt, was ihr denkt, was ich koche. Das war für euch nicht ganz einfach. Ich habe meine Speisskarte hier verpackt. Die könnt ihr nachher, wenn ihr wollt, etwas rumgeben und anschauen. Zur Vorspiesse gibt es einen Spinatsalat mit poschierten Eiern. Als Hauptgang mache ich einen Coco-Vain mit seltenbackenen Baguettes. Und zum Dessert gibt es einen Stachelbeere-Pei mit Sourlo-Anflasé. Aha. Und ich wünsche euch jetzt ganz festen Guten. Danke. Nina, du hörst weg, ich habe. Nein, nein, nein. Rotter Punkt. Juhu. Das sind alle. Cool, hey. Ja. Verstreit, mein Freund. Ich bin gespannt auf die Stachelbeere. Das Menüferstelle war sehr locker. Sie haben ganz erwartungsvoll hingeschaut, weil sie nicht gewusst haben, was auf sie zukommt. Man spürte die Spannung richtig. Das konnte ich gut überbringen. Wie hast du dir vorgestellt, dass wir es für einen Hauf oder Blümchen machen würden? Nein, ich würde es auch wie eine Rosette. Schön so eine Reihe nach der anderen auch in der Mitte gefüllt, oder? Ja. Die Vorspiesse ist dran. Spinnen-Salat. Schau, wie schön. Ein Herz. In dieser Winaigrette haben wir Rohschinken, Knoblauch, Olivenöl, ein wenig Kräutchen und das ein wenig ziehen lassen. Obendrauf kommen noch gerüstete Baumnüsse. So weit, so gut. Aber jetzt wird es schwieriger. Sie muss die Eier poschieren. Wenn ich das Ei aufschlaue, muss ich das ins Wasser gleiten lassen, ohne dass das Ei verpfledert. Das ist sehr glücklich. Oh. Sechs Eier gleichzeitig. Nicht schön. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die Bea ist nicht zufrieden. Sie hat schon durchgezogen. Es ist nicht schön gekommen. Aber ich probiere es, das zu retten. Es läuft nicht gut, es ist nicht schön gekommen. Aber ich drehe es dann irgendwie so auf den Teller, dass es einigermassen schön aussieht. Dafür läuft es beim Werner wie beim Schnürli. Das ist ein ganz guter Weisswein zur Vorspiesse. Und der hat unseren Rappbauer, der hier ganz am Islisberg wohnt, selber kreiert. Darum heisst er auch Handwerk der Weine. Wer möchte es gerne probieren? Nina? Nina. Okay. Grüezi. Liebe. Prost. Ja, bitte. Mhm. Nicht so klein. Nein, ich bin gespannt. Du bist bereit? Nein. Ihr Koch wird angerichtet. Es muss schnell gehen. Die Eier sollten warm bleiben. Jetzt musst du den Werner aufpacken. Du hast auch viel Pfeffer drauf. Viel? Mhm. Voilà. Du kannst es erst gleich servieren und die nächsten Zweige holen. Komm, hopp. Nein, ich lasse es zwischen. So. Es geht los. Merci. Platschpinat mit Boucher und Pei. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, ja. Sehr gut. Du musst nicht so rassig haben. Du darfst es immer kochen. Ja, ich habe auch gekochten Spinat erwartet. Ja. Aber ein Salat ist eigentlich klar. Ja, ich weiss. Eigentlich ist klar, Salat ist roh. Aber ich habe mir gerechnet, dass es gekocht ist, weil ich Spinat noch nie so roh hatte. Es war wirklich sehr, sehr fein. Es war ein sehr feines Dressing. Und als Ei habe ich mir noch nie zutraut, ein pochiertes Ei zu machen. Es war sehr fein. Ich denke, sechs pochierte Eier aufs ... ... so genau servieren zu können, ist nicht einfach. Es war schön flüssig. Sie haben verharrt, sie sind nicht verkehrt. Das hat mich gut gedacht. Mir war einfach ein bisschen zu viel. Aber es war sehr gut. Und schön rassig hat mir gefällt. Es war gut. Und das Ei ein bisschen pfeffrig, aber mit dem Spinat kombiniert. Jeden Gang bewerten die Landfrauen auch schriftlich ein bisschen geheim. Werner sammelt die Zettel hier oben ein. Reinwerfen. Wie gut die Vorspeise angekommen, ahne sie nicht in der Küche. Es war ein schlechter Stoff. Ja, sehr schlechter Stoff. Aber ... ... wir können uns steigern. Das ist auch gut, oder? Jetzt will sie beim Hauptgang alles geben. Bea will die Sausen des Goccovin für feinere. Dafür nehmen sie das Fleisch raus. Das Gemüse bleibt drin. Die angebratenen Champignons und Sibbeln kommen auch noch dazu. Du musst sagen, wenn du die Sausen brauchst. Du kannst sie wieder hier oben stellen. Das mache ich hier. Und hier. Nein, das ist gut. Die Sausen wird jetzt noch etwas reduziert. Als Beilage zur Hauptspeise gibt es Baguette mit einer Zibbeln-Couverture. Auch diese sind selbst gemacht. Hilf mir schnell, dass ich sie nicht spritze. Warte. Warte. Komm. So. Am Schluss kommt dann schon das Galvados dazu. So, jetzt lasse ich das noch etwas köcheln. Ich gebe noch etwas mehr Salzmasse dazu, bitte. Salz ist, glaube ich, nicht das Problem. Oh, oh, oh. Mh. Ist nicht gut? Mh, ist gut. Ich lasse es noch etwas heiss, dass es noch etwas dicker wird. In diesen Pfändchen wird der Hauptgang serviert. Ich bin eine, die viele Sachen im Topf kocht, weil ich in der Zwischenzeit auch abkömmlich bin. Das ist für mich sehr praktisch. Und ich muss ja nicht etwas anderes machen, als was ich sonst auch mache. Bevor der Hauptgang geschickt werden kann, muss jetzt das Dessert, den Stachelbeer-Streusenkuchen, in den Ofen. Der braucht auch etwa 40 Min. bis er bereit ist. Oh, die erste Ladung ist aufgebraucht. Soll ich es gerade drüber stellen? Einfach da und stellen. Oh, das sind ein paar große Bröder. Jetzt bringe ich die Brötchen hoch. Ja. Mache den Rotwein auf. Deswegen sollen den Weis austrinken. Dann kommen wir jetzt weg. Zeit zum Anrichten. Es ist auch heiss, es bleibt dann auch warm. Die ganze Saison überzeugt ist Bea von ihrem Kokowain nicht. Ich hoffe, dass es nicht zu stark nach Wein riecht. Ich muss selbstbewusst wissen, ob es gut ist oder nicht. Es ist gut. Immer gut. Immer gut. Genau. Jetzt könnt ihr die Töpfchen so benutzen. Ihr könnt aus diesen Töpfchen direkt draus essen. Ihr könnt es aber auch auf den Tellen schöpfen. Ihr könnt auch mit den Händen essen. Ich habe noch Serviette. Cocowain mit Zwiebel-Baguette. Das heisst Cocowain. 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 1, 2, 3. Das ist sehr. Gute miteinander. Danke schön. Hängst du heute? Ja. Gute miteinander. Gute. Das schmeckt schon ein bisschen. Das heisst Cocowain. Für mich, als ich nicht so der Wein-Liebhaber war, war es fast etwas zu viel Wein. Es war sehr fein. Für mich ... Wie soll ich das jetzt sagen? Es war ein grosses Brötchen. Für mich hat das Fleisch noch etwas gefällt. Vielleicht irgendein Gemüse oder ein bisschen Reis oder ... Ja, irgendeine Beilage fällt einfach noch dazu. Aber es ist eine gute Idee. Es ist originell mit dem Fennelli. Ja, es hat gepasst. Es war ganz gut gekocht. Es war sehr zart. Aber ich musste auch schauen, dass ich nicht besoffen werde. Ich musste einfach das feine Brat dazu fertig gegessen. Es war schon sehr weinhaltig. Das wird Bea sicher ein paar Punkte kosten bei der Bewertung. Wiedergutmachen können sie das jetzt noch mit dem dritten und letzten Gang. Das ist ja klar. Okay. Das ist gut. Tipptopp. So. Machen wir den Dessert? Ja. Wie heisst Wind genommen? Nicht mehr. Das ist gut. Superoptimal, oder? Ja, ist das schön? Zu den Stachoberst-Reusel-Kücheln gibt es saubergemachte Sauerrahmglassen. Das will aber bekanntlich schnell serviert werden. Bist du zufrieden? Ja, sieht schön aus. Jetzt muss ich es aber hoch bringen. Ich renne jetzt, wie die Glasse davonläuft. So. Guten Tag. Danke. Ups. Es ist noch eine gute Idee, dass das auf dem Deko auch alles drin ist. Sehr. Oh, die ist doch ein Du. Ah, erfrischend. Mhm. Hab ich es lassen? Ja. Ja. Der Stacherbeerpain war sehr fein. Es war sauerlich, das habe ich gerne. Äh, sauerlich und süss kombiniert. Es war ein bisschen zu viel, das grosse Gläschen. Aber der Sauerrahmglasse war sehr fein und erfrischend. Das war super. Bea war sehr schwierig zu einschätzen. Und sie hat mich sehr überrascht. Ich denke, es war noch ein gewogtes Menü. Mit dem Coq au vin und etwas Spezielles, das man vielleicht nicht immer hat. Von daher habe ich es sehr mutig gefunden. Aber sie hat es super gemacht. Oh, was? Oh, Mann, es geschafft. Du bist ganz gegenseitig. Aber jetzt trinken wir eins. Oh, Bea. Ich hoffe, es hat dir gut geschmückt. Danke schön. Sehr schön. Super, Bob. Super. Ja, danke. Ich habe es gut gemacht, aber es war nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Ich dachte, es wäre viel toller. Ich habe es noch schöner auf den Teller gebracht. Es ging einfach alles überall ein bisschen schnell. Und das hat darunter gelitten. Das ist meine Empfindung. Und wie das dann oben ankommt, das kann ich nicht beurteilen. Am Applaus darf Bea aber zufrieden sein mit ihren Kochkünsten. Den Rest des Abends kann sie sich jetzt endlich entspannen. Nächste Woche geht es zur Sonja Schild auf Iseltwald im Berner Oberland. in die곳. After eurem Anlet. Na in den nächsten Mal. Da, das ist wirklich ein Paar an. Was stellst nicht noch deine Abends? Was hat eine짜 Destat���ные Anleti in thought? Ja, Daniel.